Herzlich Willkommen bei einer Runde Hanger Games, gemeinsam mit dem Redditor Hallo Leute und dem Ost Jo Auf dem Dom The Play Server Und wir spielen Survival Games 5, ich habe die Web noch nie gespielt, die anderen schon oder? Ebenfalls, also ich habe die Server noch nie gespielt Oh, es geht schon los Und mir fällt gerade auf die Leute, die vor den SwiftNest Rang abbekommen haben Der ist schon ausgelaufen Ja, bei mir eben erst Du hast noch ein paar Bubbles Oh, der eine ist aber ja mega schnell hier gewesen Ganz fix, ne? Oh, ich habe leisen Schwerz Ich auch Machen wir Team oder nicht? Darf man Team machen? Nein Doch, hier schon Welcher? Ja, ich habe extra nachgeguckt Wo gehst du denn hier raus? Wo bist du? Irgendwo unten Ja, ich auch Es gibt drei, vier Richtungen, deswegen So viele Ausgänge und nicht alle stimmen Und jetzt hör auf mir zu folgen Ich glaube, hier geht es raus Hier ist so ein anderer Typ Gibt es eine Grace Period? Ja, gibt es Ja Oh Mann, wie krass ist denn dieser Scheiß? Ah, hier geht es raus Die Sonnenstrahlen weisen mir den Weg Danke Shader Warte, ich glaube hier irgendwelchen Typen hinterher Lol, hier haben die mit World Elite gearbeitet, oder? Ja Die haben Nice Ich glaube ich habe einen gekillt, der eine Rüstung hatte Ich glaube ich habe einen gekillt, der eine Rüstung hatte Ich kann es alle items nicht aufheben Oder doch kann ich, aber nur so pfeilbar Der ist auf einer Leiter gestorben Und ich kann es den Zeug nicht komplett aufheben Ich bin jetzt, äh, draußen Bei irgend so einer Brücke Ich bin in irgend so einem Haus, wo man eine Leiter hochrechter kann Ja, toll Boah, Alter, diese ganzen Blitze noch Voll laut Bisschen Gibt es ja eigentlich auch ein Ranking auf diesem Server? Äh, noch nicht, also Dummste ist da Dann psscht Psscht Wir haben vorhin keine Scheiße gebaut Da war kein Wider Ist gelogen Er hat nichts gesagt gegen Wider Nur gegen Endertracken Ja Weil Endertracken zu fett sind Nein, ich bin runtergefallen Scheiße Ja Ich wollte Jump'n'Run machen und bin runtergefallen So Dulli So unfähig Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder Hey Leute, und willkommen zurück in der nächsten Runde jetzt Hänge ich hinten dran Weil vorher bin ich gestorben Und wir spielen hier Survival Games 4 Bin hängen geblieben, Mann Oh, ich hab'n Stamm, äh, Volltreff Und ein Hof hinter uns Äh, Jenny Wir machen Team, ne? Wer war denn? Also alle dran Wir gehen in das große Haus, würd ich sagen, oder? In das große Starnhaus Ja Hier Stonebricks Dingens Die können dann nachher versuchen uns zu bannen, aber ich weiß nicht, ob man hier die, äh Wir sind VIPs und wir kennen Domse, also das ist kein Thema Äh, ich schau in die Fire Station rein Äh, ich geh ins Haus gegenüber, in dieses, äh, Backsteinhaus Gibt's hier in dem Haus, wo ich bin, eigentlich irgendwas? Ich hab'n Probleme, hier Sachen zu finden Und, äh Oh, ich bin in Lava gelaufen Ich bin so im Bimpfen Ich bin halt schon tot Nein Aber ich krieg' jetzt Damage Ordentlich aber Oioioio YOLO Ja Bist du tot? Nein Boah, hier ist einer, ich will ihn töten, aber ich kann da nicht hoch Hier blockt was man im leg Oh, yes, Goldschwert, nice Nein, ich bin tot! Echt? Ja, der hatte ne Chain-Rüstung, zwei Teile. Boah, ich bin grad voll schlecht. Er hat den Wunden Schword. Pimbo-Charmim-Play-Gamer-Pimbo. Ah, das... Ah, der Suffix und der Präfix, den ich ihm gegeben hab mal. Okay, ja. Dann, äh, bis gleich. So, da sind wir wieder. Bei Hangar Games. Mit Brain und Redlan. Redlan, bist du überhaupt dabei? Jo, hallo, hallo. Okay, passt. Nein! Ich bin bekleidet. Keine Ahnung, was das beim vorherigen Mal da war, aber es war seltsam. Oh, komm, komm, komm. Kommt auf den Kuh rein. Boah, fuck. Kick mal ein. Es ist schon losgegangen. Verdammt. Slack-Dub ist bei mir. Super, ich hab wieder mal nix. Ich hab Rüstung, aber diesmal kein Schwert, leider. Boah! 10 FPS. Ich geh mal wieder zu der Insel, wo ich vorher war. Beni, hast du endlich schon mal erlebt, dass es bei dir und Minecraft laggt? Nein. Ja, war irgendwie klar. Wie viel FPS hast du immer so durchschnittlich? 60. Okay. Mit Shader. Okay. Mit Shader hab ich so 0,5 oder so. Ich kann immer noch mit mehr als 30 FPS spielen, wenn ich ein 512er Texture Pack Shader und Render Distance Extreme drin hab. Oh mein Gott. Was? Nein, nach meiner Konfirmation hole ich mir auch einen besseren PC. Nicht so ein wie du, aber schon besser. Ich hab halt die besten Teile, die es momentan kippt. Hast du denn eigentlich nachträglich noch aufgerüstet? Ja, mit einer GTX 680. Äh, das sagt mir nix. Oh, hier ist glaub ich irgendwo ne Kiste. Warum bin ich den letzten mal hoch? Ja, in Öfen ist nix. Ah, hier ist nix. Ah, Mann. Ja. Holzschwert. Okay, ich spiel jetzt mal auf Render Distance Short plus 16. Was wird überhaupt Gegner kommen? So unfähig ist mein PC, äh Laptop. Moment, vrai dich hier? Hein, da? Yeah. Ah. Wann das ergänzt? Es ist ein wirklich weiger. Oh mein Gott, das weiß ich auch nicht. Nein, das ist. Oh mein Gott, das ist super. Oh mein Gott. Das ist gar nicht wegen mir gestorben Wer ist gerade hier gejoint? Hallo, bitte raus User left your channel Warum haben random Leute random cookies? Ich verstehe es nicht Random Leute haben random cookies Wer ist das überhaupt? Ja, keiner kennt ihn Irgendein Luca Ja, weil irgendwelche Mods immer ihren komischen Freundinnen, die eh keine Sau kennt, Echte geben Vor allem Rechte in jeden Channel zu schauen Jetzt ist er geleftet Vom ganzen Server Das muss doch egal sein, endlich Der Katze Oh, ich treffe sie nicht Oh nein, ich habe eine B Deine Mama Ist die hinter dir oder was ist deine Mama? Hinter dir Hinter mir ist niemand, ich bin hier komplett alleine Nein, der hat unsichtbar Ja, der Putzer ist unsichtbar Boah, wie ich kein Schwert finde Ich habe ein Schwert Sogar zwei Immer noch kein Schwert Was? Nein, die Kiste ist schon leer Oh, wie geil, noch ein Eisenpanzer Wie er sich schreut über ein Eisenpanzer Ey, der eine ist AFK Die doch nicht ganz Boah, wir müssen nachher die Nether Arena spielen Was die, die ich mit Austria und Felix gebaut habe Die Old but Gold Arena Die ist voll cool Die gibt's hier ja auch auf dem Server Bei der Nether Arena bin ich ja nicht immer recht gut Mein Hunger Games Mein Hunger Games Boah Tch Na, wie hast du jetzt schon eine Waffe? Ich habe übrigens vier Schwerte Oh man, nein, 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 nein Ich bin eine Abendsau Nein, 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 nein Ja, 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 bitte, 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 töte ihn Nein, nein, lass mich nicht an Ich kenne nur Kellerbier Nein Warte, wer ist das? Da ist jemand Geh weg Geh weg Muffin for you, geh weg Nein, geh weg Das ist deinem Pfeil in der Hand Aber ich glaube, du hast dein Schwert Geh weg Geh weg von mir Okay, das war's dann bei mir Redline clear is an Inventory Von dem Typen Kannst du nicht, du hast keine Rechte leider Doch, kann ich Ich habe äh Chef Admin Nein, hast du nicht Ne, habe ich nicht Aber hinter dir ist einer Ja, recht Ich weiß nicht, ob er ein Schwert hat Ich will es nicht drauf anlegen Ah, er hat ein Schwert Er hat ein Schwert Er hat ein Schwert Mama Wie heißt denn der? Muffin for you Wenn ihr mit eurem lila Rang YouTuber seid, was ist dann gelb? Mod Mod Glaub ich Mod Mal gucken, was er jetzt macht Ich bin Mod Ich bin Mod Nein, das kann nicht sein Ja, kann echt nicht sein Da wäre ja die Welt Am Arsch Ne, was bist du denn? Schreib mal was im Chat Ich bin gelb Nein, das ist YouTuber Das ist äh YouTuber Ich bin gelb Rettler Alter Aber jetzt habe ich einen guten Abstand gemacht Jetzt kann ich hier eine Kiste holen Und vielleicht kriege ich ein Schwert Ist er noch hinter mir? Ja, ist er Ich hole mir direkt die Doppelkiste Dann habe ich eine gute Chance Ey, und jetzt schreibe ich Und jetzt töte Vini, oder wann? Wichtig Jetzt schreit der Hügel auf Oh mein Gott, hier war schon jemand Ach Vini, wir waren ja vorhin gerade dabei zu reden Ob es bei dir lag mit, auch mit Shader Auch mit Ultra Shader und Bumpmapping Ich habe Ultra Shader mit Bumpmapping Geil Aber gerade habe ich das Bumpmapping Textaffekt nicht drin Oh mein Gott, er wird mich holen, kommen Ey Vini, ich kaufe dir deinen Pilab für 200 Euro Weil das ist schon gebraucht Eine Mutter ist gebraucht Nein, geh weg Jawohl, jawohl töten Töten, töten Nein, lass mich Los, töten Töten, oder wann? Na, ich will mal kurz essen Lass mich Töter Vini, Crap, oder wann? Gehen sie weg Nein Gehen sie weg Ja Ja Flucht Da ist doch ne Eisenrüstung Da ist doch ne Eisenrüstung Wo? Hier sind Sachen Hier sind Sachen Hier ist jemand runtergefallen Wo? Hier an diesem Mast Da liege ich Schwerter, im Wasser liegen Schwerter Wo? Welche Seite vom Schiff? Hier? Hier da, ja da rein Ich sehs, ich sehs Warte schnell, Vini, 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 Vini Wo ist der Typ, wo ist der Typ? Hinter dir direkt über dir, aber der hat vergessen wo du bist Ja, hier haben wir Waffe Ja, hier haben wir Waffe Oh, da liegen voll viele Sachen Hinter dir, hinter dir, im Vini, hinter dir ist noch ein Nein Nein Und das Schiff tauchen Lauf Jetzt geht der hoch, jetzt geht der hoch, kümmert sich um den anderen Schnell, renn weg Ah Das war der K... Ich sneaker Wo ist er, wo ist der Typ? Die kümmern sich für das Gegenteil Ne, es kommt jetzt wieder zu dir Die sind im Wasser, oder? Sind die im Wasser? Ja Beide, oh du könntest dich jetzt voll auf diesen Dance Marker werfen Weil das hat der Eisenschwert Wenn du den, wenn du den killst Nein Nein Scheiße Was ist los? Ich steck fest Nein Dann mach, äh Scheiße Dann können wir dich auch nicht schlagen, oder? Kannst du mich raus? Doch, er kann nicht schlagen Kannst du mich raus holen, Redlan? Irgendwie? Äh Warte, er kann mich drüber buggen vielleicht? Nein, ich kann das nicht abbauen, das dauert zu lange Vielleicht zieht er mich nicht, wenn ich sneaker Nein, er kommt! Nein Aber er kann nicht nicht töten, oder? Doch, er kann mich von unten schlagen Siehst du? Wenn ich springe aber nicht Lass mich Geh weg 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 Wieso kann ich ihn nicht schlagen Oh! Er hat mich rausgepackt Er hat halt bug Er hat halt bug Er hat halt bug Ich kann ihn nicht schlagen Ich konnte ihn nicht schlagen Ich habe sechsmal auf den drauf geschlagen und nichts ist passiert Fuck, er kommt! Ah, Mama! Renn einfach um dein Leben Renn doch Geh weg Ich habe in der Kiste geguckt Lass mich Oh, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee Ich heu ihn runter, wenn er hinterher kommt Ja, das ist ne gute Idee Fuck Wie er mich da rausgeschlagen hat, das war so geil Und jetzt sneaken, sneaken, sneaken Ja, mach ich Duck dich auch Hab ich Doch, der kommt jetzt so, der kommt jetzt so Oh mein Gott, dieses Geräusch Ach du, das ist nicht oben, das ist nicht oben, ach du Nein What the fuck, ich kann ihn wieder nicht schlagen Ah Oh, das ist doch scheiße War hack jetzt, oder? Schade Okay, dann bis zum nächsten Mal Ciao